Mindener Tageblatt Täglich eine gute Zeitung Flammeninferno am Vossbrink in Porta Westfalica-Nammen. Beim Brand eines Pferdestalls sind nach ersten Informationen der Feuerwehr keine Personen verletzt worden. Auch die Tiere konnten offenbar aus dem brennenden Gebäude gerettet werden. Das Feuer brach gegen 22 Uhr aus, bei Eintreffen der Rettungskräfte stand der Stall bereits lichterloh in Flammen. Die Feuerwehrleute versuchten zunächst ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Gebäude zu vermeiden. Gleichzeitig begann der Löschangriff von mehreren Seiten. Explodierende Gasflaschen machten es unmöglich, das Gebäude zu betreten. Auch ein niedriger Wasserdruck aus den Hydranten erschwerte die Löscharbeiten. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren aus Porta, Mimpen, Bückeburg und Rinteln. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Zur Ursache des Feuers und zur Höhe des Sachschadens konnten bislang keine Angaben gemacht werden.